Was passiert eigentlich, wenn alle Gletscher schmelzen? Simulationen haben folgende Szenarien vorhergesagt. Erstens, Überflutung. Städte wie Venedig und London wird es nicht mehr geben. Zweitens, Wasserknappheit. Wichtige Trinkwasserreservoirs entspringen Gletschergebieten. Ohne diese könnte es zu Trinkwasserknappheit kommen. Drittens, Erderwärmung. Ohne das Eis der Gletscher wird die Sonne nicht mehr reflektiert und die Temperaturen steigen enorm. Viertens, Ausbruch von Viren. Unbekannte Viren brechen aus. Es wird vermutet, dass im Eis zahlreiche Viren verborgen liegen, die unserer Menschheit echt gefährlich werden könnten. Fünftens, Erdrutsch. Ganze Berghänge geraten plötzlich ins Rutschen und bedrohen damit Siedlungen und Menschen. Macht das Plus weg für mehr spannende Videos.